hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von ls 22 kärnten projekt dann danke für die rückmeldungen und im letzten video und für die unterstützung schauen wir mal wo wir heute hinkommen in dem projekt die der pizze steht ansehen und auch den armen feld unten schauen wir mal der drescher ist da schauen wir mal rüber gespielt so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020